Iven wacht auf an einem Stuhl gefesselt. Hm, das erinnert mich an was. Am Esstisch, eine seltsam verstörende Familie. Mit etwas Glück kann er von dort entkommen. Außer Gefahr ist er jedoch nicht. Hm, aber das mit dem Stuhl kenne ich doch irgendwo her. Outlast 1 mit dem Rollstuhl. Alter, das war so schrecklich, ne? Stopp! Stopp! Naaah! 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 Scheiße, ich werde jeden einzelnen zurück! Aaaaah! 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 Aaaaahhhh! oh mann lassen wie geht Ich weiß auch nicht so, lass ich... Meine Kleine hat uns eine Gange... Oh... Oh, wie du... Ich bewege! Auch ich bewege mich! Tschüss! Er rennt! Er rennt! Er rennt! Oh Gott, was ist denn da? Hast du das schon Spaß? Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß nicht, was ich... Tschüss! Oh! Ey, lass mich mal hier durch... Nachladen, 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 nachladen... Aua! Lalalala... Ganz schön... Alter! Lalalala... Nachladen, nachladen! Ja! Sieht doch gut aus! Alter Schwede... Erstmal halben Herzen... Fuck geholt! Zerlegungsraum... Ach... Voll geil! Von der anderen Seite... Nein, will ich weg! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Schiii-sch! Ich will hier raus! Ich will aus diesem Kackho-Ror... Ich will aus der Psycho-Anstalt hier raus! Na, wie ist es so? Der liebt einfach immer noch Okay Ich hau ab Geh weg Geh weg Fick dich Ich sollte ihr Vater sein Jetzt sagt sie, dass er ihr Vater sein Ja Ja Ich will ihn finden Und wir werden ihn leiden lassen Und du mein Freund Was ist er? Aha Das klingt ja gut Einen Vertrauen habe ich noch Ich suche mich doch Am Arsch Am Arsch mit dir Fick dich Mein Herz Er hat mich gerade einfach aufgehört Oh Gott Oh hi Oh hi Oh hi Oh hi Oh hi Jetzt scherben Huh? Oh hi Wer stirbt hier? Wer? No That's your stabber Ah Oh 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 Du bist mir eingefallen und bleib tot. Ja, das wird mir auch gefallen. Naja. Oh. Einen angenehmen Tag und ja, wir sehen uns. Tschüss.